Hallo und herzlich willkommen hier in einer neuen Folge des FITMACHER-Podcasts. Schön, dass ihr mit dabei seid. Fast die Hälfte unseres Lebens verbringen wir im Schnitt damit zu schlafen. Um genauer zu sein, rund 24 Jahre und fast vier Monate schläft der Deutsche im Durchschnitt. Die einen mehr, die anderen weniger. Aber die Frage ist ja, wovon hängt es ab? Wie viel Schlaf wir brauchen und vor allem, was macht zu viel oder zu wenig Schlaf mit uns? Bei mir ist Dr. Marco Busch, Oberarzt der Klinik für Neurologie am Evangelischen Klinikum Bethel in Bielefeld. Herr Busch, schön, dass Sie da sind. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Ja, Sie sind ja auch Leiter des Schlaflabors. Wie haben Sie denn letzte Nacht geschlafen? Eigentlich ganz gut. Ich musste früh aufstehen, aber bin mit dem Schlaf soweit zufrieden. Woran machen Sie das denn fest? Den Schlaf kann man eigentlich gar nicht so gut messen. Also das ist schon das subjektive Empfinden, was Aussage darüber gibt, wie gut man geschlafen hat. Ob man sich ausgeschlafen fühlt, ob man sich fit fühlt. Und das ist eigentlich ja der Marker, wo man das dran festmachen kann, ob man gut geschlafen hat. Sie sind Leiter des Schlaflabors. Bei Ihnen tauchen schon extreme Fälle auf in dem Schlaflabor. Was sind das so für Fälle? Also es gibt 80 definierte schlafmedizinische Erkrankungen. Den Großteil machen halt die schlafbezogenen Atmungsstörungen aus. Das ist halt meist die obstruktive Schlafapnoe, die häufig Männer über 50, 60 betrifft, aber auch Frauen dann mit zunehmendem Alter immer mehr. Das macht sich dadurch bemerkbar, dass man halt schnarcht und dass man zeitweilig dann auch Atempausen hat. Das ist tatsächlich auch das häufigste Problem, schnarchen. Damit kommen die Menschen zu Ihnen und wollen das von Ihnen behoben haben? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Also die Schlafapnoe ist ja letztendlich das häufigste Problem, was man in Schlaflabors sieht. Bei uns in der Neurologie ist es so, dass wir auch viele Patienten mit zum Beispiel einer Narkolepsie sehen. Das sind Patienten, die ja nachts ja gar nicht so schlecht schlafen, aber trotzdem tagsüber müde und unausgeschlafen sind und häufig halt ungewollt tagsüber einschlafen. Also die schlafen dann im Gespräch oder in ungünstigen Situationen halt ohne, dass sie das wollen, ein. Wie kommt so was? Ja, das ist meistens genetisch bedingt, dass man halt da eine Veranlagung für hat. Und bei der Narkolepsie ist es so, dass möglicherweise auch ein anderes Agenz noch eine Rolle spielt, ein Virus oder ein Bakterium, was man bisher noch nicht kennt. Also es ist noch ein autoimmunologischer Prozess dabei, der da eine Rolle spielt. Und wie oft können Sie Menschen mit Schlafproblemen helfen? Praktisch geheilt ist schwierig in der Schlafmedizin. Aber die therapeutischen Möglichkeiten sind halt sehr gut. Eine Schlafapnoe zum Beispiel, die kann man mit Beatmungsgeräten, also häufig sind es halt die CPAP-Geräte, die man benutzt, behandeln. Die funktionieren ja praktisch wie ein umgedrehter Staubsauger. Also die pumpen halt Luft in die Atemwege und verhindern dann, dass die Atemwege zusammenfallen. Einfach dadurch, dass eine Luftschiene geschaffen wird. Wenn man das Gerät dann wieder zur Seite legt oder wenn man mal eine Nacht ohne das Gerät schläft, dann ist die Schlafapnoe natürlich wieder da. Bei der Narkolepsie ist es so, dass man in der Regel Medikamente gibt, die einen Tagsüber wacher machen. Die halt, sag ich jetzt mal so, funktionieren wie Kaffee. Die erhöhen halt die Stresshormone im Blut und im Gehirn und machen dadurch halt wacher. Wirken aber letztendlich nur dann, wenn man die Medikamente einnimmt. Jetzt haben Sie Kaffee gerade schon angesprochen. Wirkt der wirklich? Also Kaffee wirkt halt, das weiß man ja so auch von einem selber und aus dem Bekanntenkreis, dass der unterschiedlich wirkt. Also Kaffee ist ein Stoff, der Rezeptoren im Gehirn besetzt, an die Adenosin halt andockt. Adenosin ist ein Stoff, der halt, wenn man morgens halt aufwacht, immer mehr im Laufe des Tages gebildet wird und einen schläfriger macht. Also wir Schlafmediziner sagen halt, den Schlafdruck erhöht. Circa 16 Stunden Wachheit ist der Adenosin-Spiegel so hoch, dass man dann halt immer mehr halt schlafen gehen möchte. Und Koffein dockt an diese Rezeptoren an, wo das Adenosin halt andockt und verhindert dadurch den Schläfrigkeit machenden Effekt von Adenosin. Allerdings ist es so, dass das Adenosin halt im Tagesverlauf immer weiter ansteigt und das Koffein ja die Rezeptoren blockiert für eine gewisse Zeit, dann aber die Rezeptoren irgendwann nicht mehr blockiert. Und dann kann es halt sein, dass das Adenosin halt dann einen besonders starken Effekt hat, dass wenn die Kaffeewirkung aufhört, dass man dann besonders müde wird. Das heißt also, je später ich Kaffee trinke eigentlich, desto weniger wirkt er? Also man sagt halt, dass die Halbwertszeit von Koffein fünf bis acht Stunden beträgt. Das heißt, man sollte halt fünf bis acht Stunden, bevor man schlafen gehen möchte, nicht mehr halt Kaffee trinken. Okay, also das stimmt tatsächlich, dass je später ich Kaffee trinke, desto später gehe ich dann doch tatsächlich auch schlafen. Ich dachte, manchmal macht das einfach gar keinen Einfluss mehr. Also das ist recht kompliziert. Also wie müde man abends ist, hängt natürlich von anderen Dingen halt auch ab. Also es gibt ja Menschen, die können abends Kaffee trinken und da wird bei denen so gut verstoffwechselt, dass die halt überhaupt keine Wirkung haben. Oder wenn man halt so ausgepowert und müde ist, weil man halt mehrere Nächte vorher durchgemacht hat, dann ist es ja so, dass der Kaffee dann auch nicht mehr so wirkt, wie man es gerne hätte. Sagen Sie, was ist denn für Sie aus Ihrer Expertensicht eigentlich ein guter Schlaf? Ein guter Schlaf, den macht man dadurch fest, dass man sich am nächsten Tag halt wach und ausgeruht fühlt. Also die Medizin und die Wissenschaft ist noch nicht so weit, so richtig Marker zu finden, die sagen, was ist halt ein guter Schlaf und wie viel Schlaf braucht man, um optimal halt gesund zu sein. Man kann im Schlaflabor den Schlaf halt messen und kann da auch festlegen, halt wie viel Tiefschlaf jemand hat. Also es ist jetzt nicht so, dass man halt sagen kann, dass ein Schlaf von acht Stunden halt für jeden halt das Optimale darstellt, sondern es kommt auch darauf an, wie viel Tiefschlaf man hat, wie viel REM-Schlaf man hat. Das ist halt der Traumschlaf. Also die Qualität des Schlafs hängt halt auch von anderen Faktoren ab, nicht nur davon, wie lange man im Bett gelegen hat und wie lange man geschlafen hat. Also im Schlaflabor kann man schon auch sehen, wie viel Tiefschlafanteil man hat. Das soll so um die 15, 20 Prozent sein und wie viel Traumschlaf, REM-Schlaf man hat. Das soll auch so um die 20 Prozent sein und kann daran halt festmachen, wie hoch die Schlafqualität ist. Aber es ist halt so, dass zwischen fünf und zehn Stunden kann man halt sagen, ist der Schlaf normal. Da gibt es halt starke individuelle Unterschiede. Aber grundsätzlich klingt das ja erst mal so, als wenn mehr Schlaf auf jeden Fall besser ist. Also mehr Schlaf ist auf jeden Fall besser, wenn das halt in diesem Rahmen bleibt. Aber man kann halt auch zu viel schlafen, kann auch zu lange im Bett liegen und zu viel schlafen. Also das ist auch nicht gut. Also jeder hat da seine gewisse Zeit, die für ihn optimal ist, dass man halt im Bett bleibt. Jetzt haben Sie vorhin auch schon die verschiedenen Schlafphasen angesprochen. Also die REM, die Traumphase richtig und die Tiefschlafphase. Es gibt verschiedene Phasen im Schlafen. Können Sie die nochmal deutlich machen? Also wie funktioniert Schlaf im Grunde durch diese verschiedenen Phasen? Also beim Schlaf ist es jetzt nicht so, dass man sich hinlegt und dann für circa acht Stunden bewusstlos ist, sondern der Schlaf ist ein aktiver Prozess. Also der Schlaf teilt sich ein in 90-Minuten-Zyklen, die circa vier, fünf Mal pro Nacht durchlaufen werden. Also in der ersten Nachthälfte hat man halt sehr viel Tiefschlaf und der dauert dann eine Stunde oder 90 Minuten an, je nachdem. Und dann ist es so, dass man wieder in leichtere Schlafstadien kommt und irgendwann in den Traumschlaf REM-Schlaf. In der ersten Nachthälfte hat man vermehrt Tiefschlaf und in der zweiten Nachthälfte vermehrt REM-Schlaf, also den Traumschlaf. Der REM-Schlaf ist wichtig für die Regeneration, also für das das Gedächtnis wieder gut funktioniert. Also es wird quasi da offline das Gedächtnis aufgeräumt. Also es wird der Kurzzeitspeicher geleert und einige Gedächtnisinhalte, die für wichtig empfunden werden, werden dann in das Großhirn, in das Langzeitgedächtnis transportiert. Und weitere Funktionen sind, das Immunsystem wird gestärkt im Tiefschlaf, also es ist sehr wichtig, dass man viel Tiefschlaf hat. Ansonsten werden Proteine und weitere Stoffe regeneriert, was halt nur, wenn jemand schlafend ist, möglich ist. Weil am Tag ist ja der Körper die ganze Zeit in Funktion und da sind natürlich gewisse Regenerationen und Wartungsprozesse nicht möglich. Welche dieser Phasen ist die wichtigste aus Ihrer Sicht? Ja, ich muss jetzt noch zum REM-Schlaf kommen. Der REM-Schlaf ist wichtig dafür, halt motorische Fähigkeiten zu lernen. Der ist halt wichtig für das Gedächtnis, was sich darauf bezieht, zum Beispiel bei Kindern Fahrradfahren zu lernen oder halt soziale Verhaltensweisen oder emotionale Reaktionen zu lernen. Also wir spielen im Schlaf gewisse Dinge durch, die man halt im täglichen Leben tagsüber benötigt. Ich habe davon gelesen, dass der Weltfußballer Ronaldo diese REM-Schlafphase praktisch immer wieder versucht, reinzukommen. Halten Sie das für möglich und notwendig oder ist das überhaupt wünschenswert, das so zu machen, wie der das gemacht hat, um eben das Optimum aus sich rauszuholen sozusagen? Also der REM-Schlaf, den haben wir alle und wir üben alle auch motorische Fähigkeiten im REM-Schlaf. Es gibt aber auch Menschen, die können klar träumen. Es gibt sogenannte luzide Träume. Das sind Träume, wo man selber bemerkt, dass man gerade träumt. Also normalerweise ist es so, dass man halt im Traum selber den Traum für die Wirklichkeit hält, weil halt der präfrontale Kortex nicht so gut funktioniert und auch nicht einschätzen kann, ob das jetzt Realität ist oder ob das ein Traum ist. Aber es gibt halt Menschen, die können halt im REM-Schlaf merken, dass die sich im REM-Schlaf befinden und die können den REM-Schlaf dann auch steuern. Also zum Beispiel Ronaldo kann es anscheinend, der merkt halt, dass er sich im REM-Schlaf befindet und kann dann halt einen Torschuss dann halt beeinflussen, dass er halt von so einem Torschuss träumt und kann dann seine motorischen Fähigkeiten auch verbessern. Viele Sportler machen das sich zu eigen, dass die halt den Klartraum halt erlernen und halt dann auch im Traum, im Schlaf halt sich ihre Leistung verbessern. Können Sie uns einen Tipp geben, wie wir das auch machen können? Das ist nicht so einfach zu erlernen und das ist sicherlich nicht jeder in der Lage, das zu können. Also ich kann es jetzt nicht, ich habe es auch noch nicht versucht, aber man muss anscheinend sich am Tag halt immer die Frage stellen, befinde ich mich jetzt in einem Traum oder ist das halt Wirklichkeit? Sodass man sich, wenn irgendwas passiert, immer diese Frage stellt, könnte das jetzt ein Traum sein oder ist das Wirklichkeit? Und diese Frage dann auch in den Traumschlaf quasi automatisch einfließt. Und wenn man dann merkt, ja, da stimmt was nicht, ich fliege jetzt gerade, dass man dann halt merkt, ja, das muss ja ein Traum sein. Aber das hieße ja auch eben gerade zum Beispiel für Menschen in einer Lernphase, ob das jetzt im Studium oder in der Schule ist, für die ist Schlaf auch extrem wichtig, weil die dann das Gelernte eben über das Gehirn und Gedächtnis nochmal durchspielen und sich so merken. Also Schlaf ist sehr wichtig. Wie gesagt, es ist halt so, dass die Speicher halt in der Nacht aufgeräumt werden. Also das Kurzzeitgedächtnis, das muss ja wieder gelehrt werden, damit man halt wieder neue Gedächtnisinhalte am nächsten Tag aufnehmen kann. Also zum Beispiel ist es ja auch nicht sinnvoll, sich alles zu merken. Also schlafen wir zum Teil auch, um zu vergessen? Wir schlafen, um zu erinnern und um zu vergessen, ja. Beides irgendwie gleichzeitig? Alles gleichzeitig, weil das Gehirn ansonsten natürlich völlig überladen wäre mit den Dingen, die wir den ganzen Tag halt aufnehmen müssen. Jetzt haben Sie eingangs schon viel darüber gesagt und wir haben jetzt auch schon viel darüber gesprochen, dass Schlaf wichtig ist. Das wussten wir ja irgendwie auch schon vorher. Wir werden ja nun mal auch vom Körper gezwungen zu schlafen. Aber vielleicht können Sie nochmal ganz konkret sagen, wie wichtig ist Schlaf denn tatsächlich? Also es gibt da zwei Dinge, die man erstmal unterscheiden kann. Also einmal ist der Schlaf wichtig für das halt Befinden halt am nächsten Tag oder in den Tagen danach. Also wenn man jetzt mehrere Tage hintereinander schlecht schläft, dann wirkt sich das natürlich auf einen längeren Zeitraum aus. Aber es ist halt natürlich so, dass die Konzentrationsfähigkeit, die Fähigkeit halt Dinge aufzunehmen und zu lernen, die emotionalen Reaktionen für diese Dinge ist es erstmal dann aktuell wichtig. Also es ist so, dass man, wenn man schlecht schläft, gereizter reagiert, dass man vielleicht seinem Partner irgendwie Dinge sagt, die man ihm sonst nicht gesagt hätte oder halt in anderen Reaktionen halt so nicht so reagiert, wie man das gern hätte. Und das andere ist, dass wenn man über längere Zeiträume schlecht schläft, dass das dann für die Gesundheit über längere Zeiträume auch schlecht ist. Also es ist so, dass wenn man jetzt so wenig schläft, ja die wenigsten kommen mit weniger als sechs, sieben Stunden Schlaf halt aus. Wenn man sich halt dann dazu zwingt, weil man beruflich halt früh aufstehen muss und abends noch andere Dinge machen möchte, wenn man sich dann dazu zwingt, halt jede Nacht nur fünf, sechs Stunden zu schlafen, was ja auch viele machen. Dann ist es so, dass das auf lange Sicht gesundheitliche Schäden macht. Also Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind halt ein Thema, also die Gefahr, einen Herzinfarkt zu bekommen oder einen Schlaganfall zu bekommen. Dann ist es so, dass man dadurch leichter einen Diabetes mellitus bekommen kann, dass man halt eher dann übergewichtig wird oder eine Adipositas entwickelt. Also das sind alles gesundheitliche Schäden, die man sich durch zu wenig Schlaf dann über Jahre aneignet. Depressionen sind ein Thema, Angststörungen oder halt auch das Immunsystem, was im Schlaf ja trainiert wird. Also man bekommt halt leichter auch zum Beispiel einen grippialen Infekt, eine Grippe. Was sind so die ersten Anzeichen für mich? Vielleicht merke ich das ja gar nicht, dass ich schlecht schlafe oder habe das gar nicht auf dem Schirm, dass ich so wenig schlafe. Also ab wann müsste ich denn hellhörig werden? Ab wann sagt mir mein Körper, du schläfst zu wenig? Ja, wenn man sich halt müde, unausgeschlafen fühlt, wenn man sich gereizt fühlt, das sind dann schon so die ersten Anzeichen. Wenn man dann gesundheitliche Probleme gibt, wenn man halt an Gewicht zunimmt, wenn man Diabetes mellitus entwickelt. Also der Schlaf ist etwas, was so ein bisschen vernachlässigt wird in der Prävention. Also Ernährung und Bewegung, Sport, das wissen halt alle. Aber dass halt zu wenig Schlaf auch langfristig manifeste gesundheitliche Schäden macht, das ist vielen nicht so ganz klar. Okay, gibt es denn äußere Einflüsse, die Sie besonders hervorheben wollen, die mich in meinem guten und gesunden Schlaf beeinflussen? Also da gibt es halt sehr viele Faktoren, an die man halt denken sollte, wenn man gut schlafen möchte. Also wenn man Schlafprobleme hat, ein ruhiges Schlafzimmer, was gut abgedunkelt ist, sicherlich so die Grundlage ist. Dann muss man halt darauf achten, dass der Schlafraum nicht zu warm ist. Also circa 18 Grad ist halt eine optimale Schlaftemperatur. Es gibt halt einen Botenstoff, das Melatonin, was halt ausgeschüttet wird, wenn man abends müde wird und schlafen möchte. Und da ist auch ein Reiz halt das Absinken der Körpertemperatur um ein Grad. Und das fällt einem natürlich leichter, wenn halt die Raumtemperatur nicht zu hoch ist. Wir alle wissen ja, dass wenn es warm ist im Sommer und wenn man jetzt ein Schlafzimmer unterm Dach zum Beispiel hat, dass es dann wirklich schwierig ist zu schlafen, wenn es halt 24 Grad im Schlafraum ist. Dann ist es wichtig, dass man abends halt an Dunkelheit denkt. Da spielen die modernen Geräte natürlich auch eine Rolle mit einem hohen Blaulichtanteil. Also man sollte schon möglichst ein oder wenn es geht auch zwei Stunden vor dem Schlafen gehen, nicht so schnell in sein Handy schauen und einen hohen Lichtanteil über die Netzheit aufnehmen, weil das auch dazu führt, dass das Melatonin halt nicht ausgeschüttet wird und dieser schlafanstoßende Stoff zu wenig gebildet wird. Warum jetzt genau diese ein bis zwei Stunden, die Sie jetzt erwähnt haben? Also das heißt, bis zu zwei Stunden vor meinem Schlaf kann ich nur alles Mögliche machen, sollte dann aber auf gar keinen Fall kurz vorm Schlafen gehen fernsehen. Ja, man muss sich auf jeden Fall schon auf den Schlaf so ein bisschen vorbereiten. Also man braucht halt vor dem Schlaf eine Ruhephase. Und das Melatonin, das ist ein Stoff, der ausgeschüttet wird, wenn Dunkelheit kommt und dessen Ausschüttung verhindert wird, wenn es hell ist. Aber das klingt ja so, als wenn also die Rituale, die man normalerweise auch bei Kindern schon vollzieht, nämlich die irgendwie kurz vorm Schlafen gehen, ein bisschen runterzubringen, das Gleiche auch bei Erwachsenen funktioniert. Das Gleiche funktioniert auch bei Erwachsenen. Also man sollte jetzt vor dem Schlafen gehen, wie gesagt, nicht noch was Anregendes machen. Und wenn man halt Fernsehen gucken möchte, noch abends, wäre natürlich ein Gruselfilm denkbar ungünstig oder schlechte Nachrichten zu hören, ist sicherlich auch nichts, was dem Schlaf förderlich ist, weil das dann dazu führt, dass man da noch drüber nachdenkt und halt grübelt in der Einschlafphase. Also Sport und Bewegung ist halt immer gut. Aber wenn man jetzt eine Stunde vorm Schlafen gehen halt noch Leistungssport macht und sich halt auspowert und den Körper sehr auf Aktivität einstellt und abends spazieren gehen oder halt leichte körperliche Aktivität ist sicherlich kein Problem. Jetzt haben Sie vorhin auch schon schlechte Nachrichten zum Beispiel oder einen Gruselfilm angesprochen. Das geht ja schon in Richtung Stress. Wie sieht es denn damit aus? Also haben Sie jetzt beobachten können, vielleicht auch bei Ihnen im Schlaflabor, dass sich der Stress und der Druck auf Menschen grundsätzlich oder generell erhöht hat und dass Stress immer mehr ein Problem geworden ist? Also Stress ist sicherlich immer mehr ein Problem. Also besonders dadurch, dass man durch die neuen Medien, durch die Smartphones und Homeoffice und so weiter natürlich rund um die Uhr erreichbar ist und natürlich gerne abends noch geschäftliche E-Mails halt checkt und dabei vielleicht auch Nachrichten erfährt, über die man dann im Schlaf nachdenkt. Also der Stress durch solche Dinge ist natürlich auf jeden Fall gestiegen. Und es ist auch so, dass ja in Deutschland zurzeit die Menschen im Schnitt siebeneinhalb Stunden schlafen. Und das war vor 100 Jahren, wann das möglicherweise, ein, zwei Stunden mehr, die die Menschen geschlafen haben. Auch einfach dadurch, dass die Möglichkeiten damals nicht so bestanden haben. Also man konnte nicht einfach das Licht anschalten oder hatte jetzt auch kein Rund-um-die-Uhr-Programm, sich zu unterhalten. Haben Sie denn da grundsätzlich einen Tipp auch an Ihre Patienten, wie sich Stress vermeiden lässt, damit man besser schläft? Also es gibt halt Entspannungsverfahren, die man erlernen kann. Da gibt es halt das autogene Training oder die progressive Muskelrelaxation oder Yoga oder Meditation. Also es gibt bestimmte Entspannungsverfahren, die man erlernen kann und die man auch anwenden kann, um abends zur Ruhe zu kommen und besser einschlafen zu können, also den Stress zu reduzieren. Wenn man solche Verfahren erlernt, ist das sicherlich eine wirksame Methode, um seinen Stresslevel zu reduzieren. Nur das ist etwas, wo man lange halt dranbleiben muss, also was man jetzt nicht von heute auf morgen lernen kann. Da besucht man am besten einen Kurs. Also es ist für jeden gut, so einen Kurs zu erlernen. Schlafstörungen haben wir halt alle mal. Und wenn man dann diese Fähigkeiten erlernt hat, kann man sie dann halt in dieser Situation anbringen. Und genau dabei unterstützt euch die Heimatkrankenkasse mit einem zertifizierten Online-Kurs zur Stressbewältigung mit Schlafcoaching. Jede Kurseinheit, die besteht aus einem Informationsteil mit Downloads und beinhaltet ganz praktische Übungen, aber auch ganz konkrete Aufgaben. Und der große Vorteil dabei ist, dass alles geht auch von unterwegs. Also Stress wird reduziert und die Qualität eures Schlafs ganz einfach verbessert. Ihr könnt dieses regelmäßige Training des Online-Kurses zudem dann ganz einfach in euren Alltag integrieren. Und wenn ihr die Teilnahmebescheinigung nach dem erfolgreichen Abschluss des Kurses bekommt, dann erstattet euch die Heimatkrankenkasse die Kosten. Den Link mit den entsprechenden Infos dazu habe ich euch einfach hier unter den Podcast gestellt. Schlafexperte Dr. Marco Busch ist immer noch bei mir und wir wollen jetzt einfach mal gucken, was beeinflusst denn den Schlaf überhaupt? Also wie sehr beeinflusst Ihrer Meinung nach denn meine Ernährung den Schlaf? Also man sollte jetzt nicht zwei Stunden vorher noch eine üppige Mahlzeit zu sich nehmen. Also der Schlaf ist jetzt nicht dafür gedacht, halt Nahrung zu verwerten. Da wird ja die Funktion der Verdauungsorgane heruntergefahren und die regenerieren sich auch. Ansonsten ist Ernährung halt natürlich immer wichtig. Man sollte halt viel Obst und Gemüse zu sich nehmen. Wenig tierische Fette. Einmal die Woche halt Fisch und halt auch an die Omega-3-Fettsäuren denken. Also Ernährung ist auf jeden Fall etwas, was den Schlaf in dem Sinne beeinflusst. Also da sind halt die üblichen Regeln, wie ich sie gerade gesagt habe, gelten halt auch für den Schlaf. Und Übergewicht ist halt etwas, was den Schlaf auch stört. Da gibt es dann wieder diesen ungünstigen Kreislauf natürlich. Einerseits ist halt die Adipositas etwas, was ein Risikofaktor ist für die Schlafapnoe, die den Schlaf halt sehr häufig stört. Einfach dadurch, dass halt auch mehr Fett halt im Halsbereich halt eingelagert wird, die Atemwege dadurch eingeengt werden. Oder wenn man jetzt sehr viel Bauchfett hat und in Rückenlage schläft, dann wird halt das Bauchfett drückt dann auch das Zwerchfell nach oben und engt dadurch die Lunge ein. Also Übergewicht, hervorgerufen durch schlechte Ernährung, beeinflusst dann auch den Schlaf. Aber es ist auch so, dass wenn man schlecht schläft, dass dann auch bestimmte Botenstoffe verändert, gebildet werden, die für Appetit und Sättigungsgefühl wichtig sind. Und Menschen, die halt weniger Schlaf haben, die haben auch mehr Appetit und essen auch mehr und essen auch ungesünder. Also das bedeutet, wenn ich wenig schlafe, habe ich mehr Lust auf Schokolade oder einen Burger? Ja, es gibt Botenstoffe, die heißen Grelin und Leptin. Die werden dann halt in anderem Maße ausgeschüttet. Und Menschen, die halt weniger als sieben, sechs Stunden schlafen, gibt es halt Studien, die besagen dann, dass die Menschen dann mehr Hunger haben und eher dazu neigen, dann halt Süßigkeiten zu essen, wenn die da gerade auf dem Tisch liegen. Das hört sich nicht gut an. Oder eben gut für einen Schlaf, weil man dann noch mehr auf den Schlaf achten muss tatsächlich. Also wenn ich schlank sein will, muss ich genug schlafen, heißt das im Umkehrschluss. Schlaf macht schlank, ja. Okay, alles klar. Also es gibt so Sachen, die führt man sich, glaube ich, nicht so tagtäglich vor Augen, was Schlaf eigentlich die ganze Zeit mit mir und meinem Körper macht. Jetzt haben Sie uns so viel über Schlaf erzählt, also ganz viele Neuigkeiten, die vielleicht der ein oder andere so tatsächlich noch nicht oder nicht wieder auf dem Schirm hatte oder vielleicht auch so ein bisschen verdrängt hat einfach, weil, ja, wie Sie schon gesagt haben, Schlaf einfach irgendwie so ja nebenbei funktioniert. Man tut es einfach, weil man es muss. Irgendwann sagt der Körper einem ja, du musst jetzt schlafen, du bist müde. Was ist denn für Sie das Erstaunlichste, was Schlaf mit uns, unserem Körper oder unserem Geist macht? Am erstaunlichsten finde ich es allgemein, das Phänomen Schlaf, wie man es halt auch unter anderem im Schlaflabor beobachten kann, dass halt Schlaf nicht etwas ist, nicht so ein konstanter Zustand der Bewusstlosigkeit ist, wo einfach nichts passiert und wo sich der Körper irgendwie ausruht, sondern Schlaf ist halt schon ein aktiver Prozess. Und im Schlaflabor kann man halt gut das EEG sehen, also die Hirnströme und sieht dann halt sehr eindrucksvoll, wie sich der Schlaf im Laufe der Nacht verändert. Was ich jetzt von Ihnen mitnehme, ist auf jeden Fall, dass ich mit dem Schlaf vielem vorbeuge und dass ich in diesem Fall vielleicht nicht unbedingt akut auf meinen Körper höre, wenn er denn dann müde wird eben, dass ich mich dann schlafen lege, sondern dass ich zusehen muss, dass ich insgesamt eben schon genug Schlaf bekomme, weil sich das sonst wirklich rächen kann an mir und meinem Körper. Genau, man muss mal sich selber beobachten, wenn man halt im Urlaub ist oder halt die Möglichkeit hat, am Wochenende halt auszuschlafen. Also wenn man jetzt drei Wochen Urlaub macht und man schläft jeden Tag halt acht Stunden und fühlt sich dann fit und ausgeruht und halt besser gelaunt als sonst, dann kann man wahrscheinlich sagen, dass acht Stunden für einen so das optimale an Schlaf ist, was der Körper braucht. Und wenn man dann sieht, dass man halt, wenn man wieder zur Arbeit geht, dass man dann nur sechs Stunden schläft oder vielleicht nur fünf Stunden schläft, viele haben ja auch einen weiten Arbeitsweg, dass das sicherlich nichts ist, was gut ist. Und wenn ich jetzt aber glaube, ich habe eine ganz coole Nacht gehabt, sage ich jetzt einfach mal, im Grunde würde ich sagen, ich habe, so wie Sie es anfangs erwähnt haben, ich habe gut geschlafen, fühle mich aber trotzdem geredet. Was ist denn dann da in der Nacht falsch gelaufen? Also das kann sein, dass da in der Nacht nichts falsch gelaufen ist. Also das Problem, was Sie jetzt ansprechen, das ist eins, was viele Patienten bei uns im Schlaflabor haben. Also die sagen ja, sie schlafen halt sehr gut in der Nacht und haben das Gefühl, gut zu schlafen, sind aber am nächsten Tag trotzdem müde. Und da ist es einmal so, dass man den Nachtschlaf untersucht und zum Teil halt dann auch eine Schlafapnoe diagnostiziert. Das wäre so das Häufigste, dass halt die Patienten halt Schnarchen und Atempausen haben, was sonst keiner bemerkt hat, weil zum Beispiel der Bettpartner halt sehr tief schläft oder weil sie halt alleine schlafen. Also manchmal ist es ja so, dass man das halt nicht bemerkt. Und im Schlaflabor bemerkt man dann halt, der Patient hat sehr viele Atempausen. Eine Grenze ist halt so fünf pro Stunde, wo man drüber nachdenkt, halt auch da was therapeutisch machen zu müssen. Aber manche haben halt 30 und mehr Atempausen pro Stunde. Also da sieht man dann, da gibt es jetzt ein gesundheitliches Problem in der Nacht, was den Schlaf halt stört. Und die Patienten haben dann halt nicht die 15 Prozent Tiefschlaf, die sie haben sollten, sondern haben nur fünf oder drei Prozent Tiefschlaf, haben nicht so viel REM-Schlaf, wie sie haben sollten. Also nicht 20 Prozent, sondern nur fünf Prozent REM-Schlaf. Und dann sieht man halt, dass die Schlafmenge halt, dass sie schon ihre acht Stunden Schlaf haben, aber die haben halt nicht so einen erholsamen Schlaf. Also ihr wichtigster Ratschlag für guten Schlaf? Der wichtigste Ratschlag für guten Schlaf ist, dass man halt selber auf sich gut achtet, dass man, da haben wir ja auch halt unsere Instinkte so ein bisschen dafür. Also wie gesagt, wenn man jetzt mal, ja, zelten geht oder im Urlaub ist und, ja, so die Freiheit der Natur genießt und dann merkt, ja, wenn ich jetzt abends um zehn ins Bett gehe und morgens um sechs Uhr aufstehe, dann fühle ich mich fit. Und dann ist halt auch alles gut, dass man solche Sachen halt beachtet. Und wenn man jetzt, wie gesagt, im Urlaub sich sehr gut fühlt, wenn man acht Stunden Schlaf hatte, dann ist das etwas, was man sicherlich auch braucht, wenn man zur Arbeit geht. Da muss man halt selber mal schauen, was für ein Typ man halt auch ist. Wenn man jetzt ein Spättyp ist, der halt morgens gerne ausschläft und abends halt auch nicht so früh ins Bett gehen kann, weil er dann noch nicht müde genug ist, dann muss man mal gucken, ob Gleitzeit irgendwie eine Möglichkeit ist, dass man mit seinem Chef spricht und vielleicht zwei Stunden später zur Arbeit erscheinen darf und dann nachmittags oder abends halt zwei Stunden länger bei der Arbeit bleibt. Da gibt es sicherlich Möglichkeiten, das zu beeinflussen. Und Bewegung kann man ja zum Teil auch einbauen in den Alltag. Also man kann halt zu Fuß zur Arbeit gehen oder mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Häufig hat man ja nicht die Zeit, halt noch einem Sport nachzugehen, wie man das gern möchte. Aber man kann ja Bewegung zum Teil so auch in den Alltag einfließen lassen. Also grundsätzlich müssen wir mal festhalten, dass Schlafen eben nicht einfach Bewusstlosigkeit und vielleicht auch so ein kleiner Tod ist, wie man früher, glaube ich, zumindest immer gedacht hat, dass man sich eben einfach nur hinlegt und da gar nichts passiert, sondern da passiert richtig viel in Körper und Geist. Unter anderem hat es eben Einfluss auch auf Gefühle und aufs Lernen. Und deshalb müssen wir einfach darauf achten, dass wir genug schlafen. Ja, der Schlaf ist das wichtigste Regeneration- und Reparaturprogramm des Körpers. Also im Schlaf werden Dinge, die halt am Tag verbraucht werden, werden halt erneuert. Es werden Giftstoffe, sage ich jetzt mal so, aus dem Körper entfernt. Oder es werden halt Gedächtnisinhalte, die man halt nicht benötigt, werden halt aus dem Kurzzeitgedächtnis entfernt, damit man am nächsten Tag sich wieder halt Dinge einprägen kann. Und man wird auch emotional regeneriert, dass man halt dann am nächsten Tag nicht mehr so gereizt reagiert, wie man das halt tut, wenn man zu wenig Schlaf hat. Und am liebsten holen wir uns genügend Schlaf in unserer Lieblingsposition. Jeder hat da so seine. Aber welche ist denn eigentlich die beste? Auf dem Rücken, auf dem Bauch oder doch auf der Seite? Das erklärt uns ganz anschaulich Physiotherapeut Kolja Herrmann. Und der gibt dann auch gleich die passenden Tipps. Damit ihr euch die Nachteile der einzelnen Schlafpositionen ganz genau angucken könnt, habe ich euch den Link zum Video hier direkt unter die Podcast-Beschreibung gestellt. Viel Spaß beim Gucken. Mein Name ist Moni Kolschewski. Ich hoffe, wir hören uns hier ganz bald wieder. Die nächste Folge vom FITMACHER-Podcast, die beschäftigt sich mit der achtsamkeitsbasierten Stressreduktion. Ja, und wenn ihr gut geschlafen habt, dann habt ihr schon viel in diese Richtung getan. Dr. Marco Busch, mir bleibt an dieser Stelle nichts anderes übrig, als zu sagen, schlafen Sie gut. Ja, Sie auch. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für's Zuschauen.